Das macht du bist, weil er an seinem Arbeitskollegen vorbeifährt. Jenoberg, meine Freunde, was geht ab? Heute immer wieder GTA, funny moments. Ich erzähle euch mal, was für passiert ist. So am Rande. Ich habe, glaube ich, gefühlt den ganzen Tag in Third Person aufgenommen. Mit den ganzen GTA 5 Jungs und Mädels. Jede meine Aufnahme hat einfach keinen Ton. Ich schwöre, ich war so gebrochen. Gerade jetzt, ich bin am Schneiden. Ich will aufnehmen. Einfach gar nichts hat Ton. Gar nichts. Ich hoffe, mit dem Video kann ich euch trotzdem ein bisschen überzeugen, wie es das und so. Also paar Clips haben Ton, aber das alles mit Third Person hat halt keinen Ton. Und deswegen habe ich das jetzt leider rausgelassen. Im Intro habe ich gesehen. Imagine, Digga, dieses Intro mit Ton. Na egal. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Lasst ein Like da, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ein Abo. Kuss, Kuss, Kuss. Bis, drück mal den linken Stick rein. Ja, mach mal. Tschüss. Tschüss. Digga, wie schnell ist das Ding, Alter? Achso, dieses Formel 1-Auto? Hat das überhaupt Dings? Darf das überhaupt aus der Straße fahren? Ja. Ich kann nicht deinen Fall. Digga, der Panzer ist geil, Jungs. Digga, ich chill hier einfach hinten drin, ne? Alter, ich chill den Panzer. Oh mein Gott, ich flieg gleich raus. Ey. Ach du Scheiße. Ey. Nein, ich bin tot. Ich schwöre, ich bin tot. Oh, Junge, no way, Digga. Ich mache hier schon eine entspannte Radtour, Digga. Macht mal jetzt hin. Komm mal hin. Willst du kämpfen oder was, Digga? Willst du kämpfen, Junge? Keiner Hund. Komm rin, Junge. Komm noch rein. Der holt, Digga. Er läuft von alleine weg. Er will sein Helm, Digga. Ey, du Spaß. Der kriegt einen richtig dicken Hammer über den Kopf, Digga. Der fährt einfach weg. Der kriegt so einen dicken Hammer. Digga, wie schnell ist der, Mann? Der Typ ist richtig schnell. Der fährt einfach weg, Alter. Ich darf es nicht bemerken. Du, Gott, der gibt richtig Gas. Du kriegst einen dicken Hammer gegen deinen Helm, Junge. Komm, komm. Mein Helm, Junge. Gut, gut. Und danach ging, ey. Nix, du bist eh schlecht. Ruhig jetzt. Jetzt vorbei, ich schwöre. Ja, fuck. Ja, die haben halt nur gewonnen, weil die zu zweit sind. Oh. Oh, Heldinger. Der Comebacker hier. Nix los. Komm, Baby. Hol dir das Ding. Let's go. Wichtig und richtig. Warum bekam ich mich, Junge? Was für ein Comeback? 14.000 hab ich bekommen. Ich seh, das ist eh scheiße. Das ist so ein gutes Team. Ja, Mann. Ihr seid ein Wizard. Arjo, ruhig jetzt. Du musst mal zurecht streiten. Mit du. Ey, warum hat Dwayne gewonnen? Weil das kann... Hat er nicht. Wow, er hat gewonnen. Okay. Ich weiß nicht. Digga, was? Für was? Richtig und wichtig. Digga, er ist einfach explodiert und hat gewonnen. Welcher? Du hast alles geflogen. Winnig, land auf dich. Nein, nein, bitte, bitte, streaks. Ey, bitte. Ah, perfekt. Ich bin da wahnsinnig. Ich bin da wahnsinnig. Ich bin da wahnsinnig. Ich bin da wahnsinnig. Ich komm nie wieder an. Oh Mann. Ich vermag nämlich getuned, aber... Bitte, 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 bitte. Du kleiner Hund. Ich schwöre, ich bin da wahnsinnig. Junge, ich bin da wahnsinnig. Ich kann doch anlassen eigentlich. Ah, scheiße. Ah, ah, ah. Digga, aber du bist so kacken, du machst das Grönchen, Digga. Ah, 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 ah. Ich kann doch anlassen eigentlich. Ah, chính, das ist aber... Ach, ach, ach. Pada, ja. Also, keine Ahnung. Ne, blem mal stehen. Amolao, Digga, Jungs... Nein, nein, ich f*** kein Nerven, aber ich wurde so... Nein, 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 nein. Ich scho... Ah, 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 ah. Nein, nein, nein. Oh, ich bin doch da. Oh ja, das ist doch... Na ja, das ist doch so, Digga. Ja, das ist doch... Was geht mit? Ich schaue... Ich schaue, QB gewinnt. Yeah. Ich schaue QB von hier. Hauptsache Niko sagt Taktiker, dieser Keck. Niko macht keine Faxen. Ja, Niko ist raus. Oh mein Gott, QB. QB ist schlecht. Oh mein Gott! Rasiert habe ich dich. Effe, du liebst Hayat. Nix los, was ist überhaupt los hier? Aber ich höre nichts. Auskabel kaputt. Einladung. Wollen wir noch einmal Einladung setzen? Ich habe Streaks so gekillt. Deine Dir.